Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute werde ich euch den Unterschied erklären zwischen einer Haarseife und einem festen Shampoo. Aus diesem Grund, da viele das Gefühl haben, das sei dasselbe. Aber das sind zwei komplett unterschiedliche Produkte. Bei der Haarseife ist es so, dass eine Seife, also ihr kennt die wahrscheinlich auch aus dem Badezimmer, zum Händewaschen, so wird auch die Haarseife hergestellt, werden Fette in einer Lauge gekocht und somit werden die Fette in kleine Bestandteile zerlegt. Und dem sagt man auch Seifensiede. Natürlich ist der Prozess noch ein bisschen komplexer, dass ihr mal die grobe Vorstellung habt, wie so eine Seife hergestellt wird. Bei einem festen Shampoo wird einfach, also man kann sagen, da werden einfach, das ist ein Shampoo, dem das Wasser entzogen wurde. Das bedeutet, dass ein herkömmliches festes Shampoo aus Tensiden besteht, also zum Beispiel Sodium-Laryl-Sulfat, Sodium-Coco-Sulfat, das ist die pflanzliche Alternative, das ist ein weisses Pulver und das besteht ungefähr zwischen 60 und 80 Prozent aus Tensiden ein herkömmliches. Das ist ein spezielles, das werde ich euch nachher noch erklären. Und das Problem an den herkömmlichen festen Shampoos ist eben dieser hohe Tensidgehalt. Tenside sind waschaktive Substanzen, die schäumen und wenn natürlich jemand eine sehr empfindliche Kopfhaut hat, dann kann es natürlich auch bei festen Shampoos zu Reizungen führen. Daher ganz wichtig, wenn ihr ein festes Shampoo kauft, achtet unbedingt auf die Tenside. Hier wird das milde Zuckertensid verwendet, plus wird es mit Lavaerde getrocknet und hat noch andere wertvolle Inhaltsstoffe vorhanden. Ich habe zu diesem festen Shampoo ein separates Video gemacht, was sehr, sehr gut ankam. Ihr könnt auch das unten anschauen, ich werde das verlinken, denn das ist wirklich eine super Alternative, auch für empfindliche Kopfhaut und Leute, die halt wirklich was Mildes wünschen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir gerne einen Daumen nach oben und ich wünsche euch ganz schöne Weihnachten. Bis bald, eure Nadja Püton.